Ja, hallo mit O, liebe Nerdlinge. Wenn wir uns mal Marvel und DC etwas genauer anschauen, dann fallen immer wieder Events auf, die als Crossover über mehrere Heftserien laufen. Auch wenn es sich ja durchaus um gute Geschichten handeln mag, nervt mich dieses Geschäftsgebaren ziemlich und ich erkläre euch jetzt mal, warum. I am Nerd. Bei Comicverlagen wie Marvel und DC, die viele Superheldenreihen herausbringen, ist es immer wieder gang und gäbe, größere Events zu veranstalten, die eine umfangreichere Storyline nicht nur innerhalb einer Reihe stattfinden lassen, sondern direkt über mehrere. Im besten Fall bleiben wir dabei noch bei einem Helden, der mehrere Serien parallel laufen hat, wie das jetzt zum Beispiel bei Spider-Man in den 90ern der Fall war, bei Maximum Carnage, wenn ich das als Beispiel anführen darf. Der lief über die Serien Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Spider-Man Unlimited, Web of Spider-Man und der selbst betitelten Serie Spider-Man, die damals gleichzeitig erschienen sind. Ein Beispiel aus den 90er Jahren, als ich eben noch aktiv US-Hefte gesammelt habe. Ähnlich war es bei Batman, der ebenfalls mehr als eine ongoing Serie hatte und über die man sich damals Nightfall erstreckte. Also insgesamt einige Serien, die man zu der Zeit zusammen haben musste. Inzwischen ist man sogar noch einen Schritt weiter gegangen und lässt Events gleichzeitig über zahlreiche, verschiedene Helden reinlaufen. Als Beispiel möchte ich hier Absolute Carnage nennen, das bei Venom angefangen hat, dann sich über Spider-Man, Deadpool, Avengers, Captain Marvel, Immortal Hulk und weitere Serien erstreckte und noch zusätzliche Teil-ins hatte. Ähnlich zuvor bei War of the Realms. Welche Möglichkeiten haben wir nun? Entweder das Event interessiert uns nicht, das war bei mir zum Beispiel bei War of the Realms der Fall, dann habe ich bei meinen abonnierten Serien, in meinem Fall dann Spider-Man und Deadpool, mehrere völlig nutzlose Hefte, die komplett ohne Zusammenhang sind zum Rest, die ich also eigentlich nicht bräuchte, aber so ein Abo unterbricht man ja nicht einfach. Die Serie soll ja auch vollständig bleiben. Finde ich das Crossover jedoch gut, muss ich mir nun auch alle anderen dazugehörigen Hefte kaufen, auch wenn ich die jeweiligen Serien gar nicht sammle und habe damit immer wieder einzelne Hefte der Serie in meiner Sammlung, mit denen ich mich gar nicht so gut auskenne, weil ich halt den Rest nicht habe. Kaufe ich eh alles, was jemals erscheint, stehe ich noch ganz gut da, aber jetzt mal ehrlich, wer macht das? Bin ich jetzt allerdings noch Sammler aus Deutschland und kaufe die Reihen über Panini, also in Deutsch, so wie das bei mir der Fall ist, dann habe ich sogar noch ein Problem, da gar nicht alle Teile der Story hier erscheinen. Bei Absolute Carnage ist zum Beispiel weder das Immortal Hulk-Teil erschienen, noch das Weapon-Plus-Heft mit Waffe H, den ich als Charakter ja noch ziemlich cool finde. Ich mag jetzt sagen, dass die jeweiligen Hefte vielleicht nicht viel zur Story beigetragen haben, aber wenn, dann will ich natürlich auch alles lesen. Warum also nicht noch ein weiteres Paperback rausbringen oder einfach mal eine Story dazu packen, weil so dick waren die ja jetzt nicht. Ich kann ja durchaus damit leben, dass hier in Deutschland nicht alles erscheint, was in den USA rauskommt, weil einfach der Markt nicht dafür da ist und man auch keine großen Experimente machen kann, nur was Veröffentlichungen rausgeht, wenn die dann nicht verkauft werden. Aber wenn noch so ein großes Crossover stattfindet, dann will ich doch nicht nur einen Teil bekommen. Ich meine, was soll das? Letztendlich ist das Ziel des Ganzen natürlich klar. Geld machen. So werden die Leute dazu gezwungen, auch andere Serien zu kaufen, die sie sonst nicht sammeln und hey, wer weiß, vielleicht bleiben die ja dabei. Und wenn dann noch ein paar Referenzen zu älteren Heften dabei sind, dann müssen die Leute die ja vielleicht auch noch haben. Aber für den einfachen Comic-Leser ist es einfach nervig, weil entweder kauft man etwas, was man eigentlich nicht will oder hat Hefte, die man nicht braucht. Noch schlimmer ist es eigentlich nur noch im TV, beim Arrowverse, mit seinen zig Serien, die auch mindestens ein komplettes Crossover pro Staffel bekommen. Staffeln, die man hier eher am Stück durchguckt, weil im TV läuft das vielleicht nicht unbedingt, wo dann plötzlich Folge 3 des zehnteiligen Events, von dem man gar nicht weiß, was gerade abgeht, auftaucht. Da ist eine Staffel der anderen Serie hier vielleicht noch gar nicht erschienen. Eine andere guckt man nicht, weil die Serie einfach völlig lahm ist. Und schon sind da wieder Folgen, die man einfach überspringen kann. Und das finde ich richtig uncool und da will ich auch gar nicht weiter drüber nachdenken. Naja, immerhin werde ich Batman Nightfall nun nach gut 25 Jahren endlich komplett bekommen, da die Story hier nun in der Eagle Moss Batman Graphic Novel Collection in mehreren Bänden erscheint. Aber wer weiß, ob da jetzt auch wieder alles dabei ist. Ich wüsste jedenfalls gerne mal eure Meinung zu dem Thema. Was haltet ihr von Crossovers und Events, die sich über mehrere Serien erstrecken? Ist es okay für euch, weil ihr eh alles sammelt oder findet ihr das genauso nervig wie ich? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Ansonsten wisst ihr ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, klickt die Glocke, um über die nächsten Videos informiert zu werden und nicht vergessen, einen Daumen da zu lassen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 . Ciao.